Sind NFTs die Zukunft? Was sind überhaupt NFTs? Kann man mit NFTs Geld verdienen? Werden sie die Zukunft revolutionieren? Diese Frage schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag von Dein Geld kann mehr. Ja, ich werde immer und immer wieder konfrontiert mit den NFTs. Kann man da investieren, damit Geld verdienen? Sind sie wirklich die Zukunft, wie alle davon reden? Da kommt auch sehr schnell das Metaverse ins Spiel. Falls ihr das alles nicht sagt, dann werde ich dir hier die ersten Inputs geben. Weil, was ich immer wieder sehe ist, dass viele Leute überhaupt nicht verstehen, was NFTs überhaupt sind. Aber trotzdem investieren möchten und glauben, dass sie damit extrem viel Geld verdienen in kürzester Zeit. Weil das überall auch wieder propagiert wird. Deshalb, bevor wir auf die detaillierten Fragen eingehen, zeige ich dir, was ich in meiner Academy zum Beispiel mache, rund um das Thema NFT, respektive ich gebe dir einen kleinen Auszug, Vorgeschmack. Weil in meiner Academy drin, behandle ich natürlich auch das Thema NFT und Metaverse, gebe ich meinen Kunden mit. Weil es ist wichtig, dass man den kompletten Markt versteht. Kryptowährungen, wie ja eben auch NFT, Metaverse und so weiter. Damit man wirklich versteht, in was man investieren könnte, was sinnvoll ist, wo es Renditen gibt und wo nicht. Was ist Hype? Was ist Realität? Das ist wichtig, dass man das unterscheidet. Und deshalb habe ich auch ein ganz spezielles NFT-Metaverse-Modul in meiner Academy. Falls dich das interessiert, was ich mache in meiner Academy oder auch Zugriff auf solche Informationen haben möchtest, dann melde dich gerne jetzt bei mir. Du kannst auf meine Webseite gehen, markstein-consulting.ca und dann hören wir uns ziemlich bald dann in einem Erstgespräch. Gehen wir also rein. Zuerst einmal, was sind überhaupt NFTs? Viele Leute haben immer das Gefühl, NFTs seien wie Kryptowährungen. Das ist ein Coin, ein Token und that's it. Oder auf der anderen Seite haben wir die Leute, die meinen, NFTs seien die Fotos oder Videostücke. Weil man hört in der Presse immer wieder von diesem Affen oder es gab einen Stein, der für mehrere Millionen verkauft hat, respektive ein Bild von einem Stein. Und all diese Dinge, die Leute verstehen gar nicht, warum hat das Wert? Und was ist jetzt wirklich ein NFT? Was ist ein NFT? Grundsätzlich, man hat ein digitales File, eine Originaldatei. Das kann ein Foto sein, ein Video, was auch immer, ein Musikstück, das jemand produziert hat. Einfach ein digitales File. Und das kombiniert man mit zusätzlicher Intelligenz. Man nennt das ein Smart Contract. Man kann es als eine Art Besitzzertifikat auch beschreiben. Und wenn man an eine digitale Datei, ein solches Besitzerzertifikat, ranhängt, diese zusammen kombiniert, kommt dabei ein NFT raus. NFT steht für Non-Fungible Token, also ein digitales Unikat quasi, das man schafft, indem man eine Besitzurkunde zu einer Originaldatei hinzu kopiert. Wie gesagt, das können sein Musikstücke, Fotos, irgendwelche PDFs, was weiss ich was. Die Vertragsklausel, da steht drin, also in der Besitzurkunde ist eine Art auch Vertragsklausel, wo man zum Beispiel reinschreibt, wann wurde diese Datei erstellt. Informationen auch zum Original, wo liegt das, wie schaut das genau aus, dieses Originalfile? Wer ist überhaupt der Besitzer von diesem File, der wirklich offizielle Besitzer? Wie schaut die Transaktionshistorie aus, wo, durch welche Hände quasi, ist diese Datei geflossen? Und das Spannende, was viele auch immer wieder sagen an den NFTs, ist, wenn du zum Beispiel ein Musikkünstler heutzutage bist und du verkaufst dein Musikstück jemandem weiter, dann hast du es einmalig verkauft und du verdienst nichts mehr daran, wenn diese Person es zum Beispiel auf dem Sekundärmarkt weiter und weiter verkauft. Mit einem NFT, dank dieser Vertragsklausel, kann man solche, ja, wie gesagt, Klauseln reinschreiben quasi, dass auch der ursprüngliche Ersteller bei jedem Weiterverkauf Geld mitverdient. Und das ist so ein spannender Use Case, den ich definitiv auch sehe, warum NFTs spannend sein können für Musik, für Künstler zum Beispiel. Und wie gesagt, am Schluss, diese zwei Kombinationen sind das NFT. Und dieses NFT speicherst du schlussendlich in einem Wallet drin, respektive was speicherst du? Du speicherst nicht das Originalfile, sondern du speicherst quasi diesen Smart Contract, diesen Token, der auf das Original verweist. Das speicherst du in deine Wallet ab. Hier habe ich noch die Gesamtübersicht. Eine Erstellerin erstellt ein digitales File. Das kann in einer Blockchain theoretisch gespeichert werden, wird es bis heute nicht und ist auch Bullshit. Es wird irgendwie auf einem Server gespeichert. Heutzutage, ein Teil davon werden auch zentral gespeichert. Das heißt, das File liegt irgendwo auf einem Server. Wenn der Server weg ist, ist das File auch weg, was viele nicht verstehen. Wenn du es auch nicht verstehst, dann solltest du dringend in meine Academy kommen. Der Smart Contract, der liegt in einer Blockchain drin. Typischerweise auf Ethereum ist dieser Smart Contract vorhanden. Und das NFT wird auf einem Marktplatz gehandelt und es gibt einen Käufer. Das heißt, es wird wirklich wie so ein Bild, quasi ein physisches Bild, wird ausgestellt in einer Galerie und da gibt es einen Markt dafür. Das ist so ganz, ganz High Level mal die Übersicht, was ein NFT wirklich ist. Wenn du das jetzt alles nicht verstehst, was ein Wallet ist, was eine Blockchain wirklich ist, was Ethereum ist, was ein Smart Contract ist, dann definitiv bei mir melden. Dann wäre es wirklich Zeit, dass du Teil von meiner Academy wirst. Noch ein weiterer Punkt, das NFT steht für Non-Fungible Token. Fungible, was bedeutet jetzt das wieder? Kannst du dir vorstellen, ich schiebe mich hier kurz zur Seite. Du hast einen Kino-Eintritt oder einen Konzert-Eintritt. Einfach, es gibt eine Bühne vor einem Konzert zum Beispiel und alle gehen da hin, stehen da irgendwie rum vor der Bühne. Jeder hat zwar einen Eintritt, aber jeder Eintritt, ist gleichwertig, weil es gibt keine fixen Plätze. Das heisst, jede Eintrittskarte wie im Kino oder im Konzert ist fungible. Jede Eintrittskarte ist gleich ohne eine feste Zuordnung zum Beispiel zu einem Sitzplatz. Non-Fungible bedeutet, jede einzelne Eintrittskarte ist eindeutig und ein Alleinstehungsmerkmal zum Beispiel. Beim Konzert oder Kino gibt es eine ganz spezifische Sitznummer, die nur im Zusammenhang mit dieser einen Eintrittskarte zusammenhängt. Das ist der Unterschied zwischen fungibel und nicht fungibel. Das bedeutet, jedes NFT ist einzigartig für sich. Das ist damit gemeint. Es gibt nicht zigtausende Kopien davon, sondern es gibt nur ein einziges Mal diese Originaldatei und die wird mit diesem Token dann schlussendlich so beschrieben. So, das war mal eine ganz, ganz kurze und grobe Einführung, eine ganz, ganz kleine Kostprobe, welche Inhalte ich natürlich noch viel detaillierter zum Thema NFT in meiner Academy mache. Der Punkt ist jetzt, lohnt es sich in NFTs zu investieren? Schau, es werden immer irgendwelche schönen Marketing-Use-Cases, Anwendungsfälle von NFTs gegeben. Ich gebe dir ein Beispiel. Man speichert, als Automobilhersteller speichert man die Historie, was das Auto gemacht hat in der Vergangenheit, zum Beispiel, welche Teile ausgewechselt wurden und so weiter, speichert man in einem NFT dezentral in einer Blockchain, damit das von jedem verfügbar ist und unfälschbar. Jetzt muss ich einfach mal überlegen. Ich bin jemand, der ein Auto besitzt, sagen wir von Audi. Audi speichert jetzt meine ganze Historie irgendeine Blockchain drin. Was für ein Problem löst das? Das löst gar kein Problem. Vierige Bullshit. Sondern, ich vertraue Audi und Audi hat auch einen Anreiz, dass sie alles korrekt verwalten, aufbewahren, weil ihre Reputation, ihre Marke dahinter steht. Das heisst, ich möchte etwas haben, was bei Audi liegt und ich möchte auch nicht irgendwie mich mit einem Wallet in der Blockchain einloggen, wenn ich etwas mit meinem Audi, mit meinem Auto machen möchte oder eine Historie sehen möchte, was passiert ist. Nein, ich vertraue dieser Marke und das ist genau das Wichtige, was viele nicht verstehen, all diesen schönen Use Cases. Ja, man muss ein Produkt auf die Blockchain bringen. Nein, das macht null Sinn. Null. Es macht keinen Sinn, weil die Leute vertrauen der Marke und die Marke hat einen ganz klaren Anreiz, zum Beispiel auch bei Rolex, ihre Marke zu schützen und, wie soll ich sagen, die Informationen so zu verwalten, Transaktionshistorien, was für Reparaturen zum Beispiel durchgeführt wurden oder bei einer Rolex, was alles ausgewechselt und überholt wurde zum Beispiel. Das möchte ich von Rolex haben, nicht irgendwo in der Blockchain bei Ethereum oder weiss ich was diese Information gespeichert haben. Das macht null Sinn. Aus Business-Sicht macht das null Sinn. Die anderen Use Cases bei NFTs, die man immer wieder hört, Musiker eben, die ihre Stücke weiterverkaufen können und daran partizipieren können und so weiter, werden sich zeigen, ob sich das Ganze wirklich durchsetzen wird. Dann gibt es Use Cases, dass man, wenn man eine NFT besitzt, dass man zu einem spezifischen Club gehört. Wenn du zum Beispiel Bored Ape besitzt, das ist ein ganz teures NFT, dann gehörst du zu einem elitären Kreis mit Sportlern, Künstlern auf der ganzen Welt und so weiter. Da gibt es exklusive Partys, wo du nur reinkommst mit diesem NFT. Ja, ist schön und gut. Hat man sozusagen spezifische Clubs, Insider-Clubs, die man schon in der Vergangenheit hatte, einfach mehr digitalisiert. Ja, spannend vielleicht. Ob es wirklich ein Problem löst, sei dahingestellt. Da gibt es noch zig andere solche Anwendungsfälle, die sich einfach, und das ist die Kernbotschaft hier, durchsetzen müssen, um mal zeigen, ob sie wirklich ein Problem lösen. Und ich bin hier sehr, sehr skeptisch. Und ich möchte dir einfach mitgeben, viele dieser Use Cases, die man immer wieder hört und liest in den Medien und von Influencern, die machen einfach als Business Case, und das kann ich dir sagen, auch als Ingenieur kenne ich diese Problematik. Ein Ingenieur findet eine Technologie und sucht dann ein Problem. Und in dieser Phase sind wir bei den NFTs. Dabei müsste es umgekehrt sein. Du hast ein Problem und suchst die richtige Technologie dazu. Noch ein weiterer Gedanke, warum aus meiner Sicht NFTs kein Investment Case sind. Schau, der Markt funktioniert nochmal komplett anders wie Kryptowährungen. Komplett anders. Es ist ein komplett separater Markt. Die Liquidität ist komplett anders. Wie die Preise zustande kommen, ist komplett anders. Du brauchst teilweise sehr viel Kapital. Du musst genau recherchieren, welche NFTs wirklich Sinn machen, weil ein komplett unregulierter Markt und jeder, falls du auch in NFTs investierst, kannst du mir gerne auch unterhalb kommentieren, jeder, der in NFTs investiert, der wird mal übers Ohr gehauen. Jeder. Wenn du das nicht durchgemacht hast und Geld verloren hast, weil du auf den Betrug bei den NFTs reingefallen bist, dann hast du Glück gehabt. Ich habe zum Beispiel auch immer wieder Kontakte mit Leuten, die sehr, sehr intensiv schon länger in NFTs investieren. Also wirklich im grossen Ziele. Ich habe nur ganz, ganz klein investiert, weil es für mich kein Investment Case ist. Und ich sage dir auch warum. Du musst wirklich Stunden pro Woche investieren, deine NFTs zu pflegen, neue NFTs zu finden. Du musst damit rechnen, Geld zu verlieren, weil eben dieser Markt komplett anders funktioniert. Und das sagt mir jeder, der wirklich auch im grossen Stile investiert. Deshalb halte ich mich fern von diesem Markt. ist, aus meiner Sicht demnach, um die Eingangsfrage auch zu beantworten, sind NFTs die Zukunft? Lohnt es sich, in NFTs zu investieren? Ich finde, nein, lohnt es sich nicht zum Zeitpunkt jetzt, heute, Mitte 2022. Komplett anderer Markt, komplett übertrieben, komplett hypegetrieben. Braucht sehr viel Zeit, um wirklich die richtigen, guten Projekte zu finden und Geld da zu verdienen. Glück und Hoffnung ist für mich kein Investment Case. Auf der anderen Seite sind NFTs die Zukunft. Aus meiner Sicht kann es sein, dass es gewisse Anwendungsfälle geben könnte. Stand heute sind all diese Marketingbotschaften, aus meiner Sicht, heisse Luft, müssen sich zuerst noch durchsetzen und zeigen, dass sie wirklich ein Problem lösen. Ich bin hier offen, wenn du das anders siehst, kommentiere doch unterhalb von diesem Video, ich bin sehr gespannt. Wenn dich sonst noch interessiert, was ich in meiner Academy alles mache, auch tiefer in das Thema NFT, Metaverse einsteigen möchtest, die richtigen Investmentstrategien für Kryptowährungen an die Hand bekommen möchtest, dann gehe jetzt auf meine Webseite markstein-consulting.ca buche dir dort ein kostenloses Erstgespräch und dann sehen wir mal, ob und wie ich dich unterstützen kann. In diesem Sinne, wir sehen und hören uns in einem nächsten Beitrag wieder. Mach's gut, dein Marc. Tschüss. 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 Tschüss.